herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute geht es um die frage wie löst man biologische konflikte das ist eine frage die habe ich jetzt schon häufiger mal gelesen und die wurde auch schon mehrfach an mich persönlich herangetragen und ich habe das gefühl dass da diesbezüglich einiges an unverständnis herrscht weswegen ich dieser frage jetzt einfach mal hier ein ganzes video widmen will das ist jetzt schon ein bisschen was her da hat sich jemand mit genau dieser frage an mich gewendet in den kommentaren und der meinte so sinngemäß dazu dass es in der germanischen heilkunde permanent um die ursachen geht aber nur sehr wenig über die lösungen gesprochen wird und das stimmt absolut in der germanischen heilkunde geht es quasi die ganze zeit um die ursachen und relativ wenig um lösungen also vor allem wenn man jetzt eben die reine theorie sich anschaut wenn man jetzt nicht mit erfahrungsberichten auseinandersetzt dann ist natürlich die lösung auch immer teil dieses erfahrungsberichtes aber wenn man sich rein die theorie anguckt rein die theorie lernt dann geht es verhältnismäßig wenig um lösungen der grund dafür ist dass es eben keine pauschalen lösungen gibt also man kann nicht sagen bei der und der krankheit ist das und das die lösung weil die lösung so individuell ist wie das leben des menschen individuell ist oder das leben von uns menschen grundsätzlich individuell ist und ich glaube das oder der punkt weswegen das für viele menschen so schwierig zu greifen ist ist weil wir es einfach überhaupt nicht gewöhnt sind also wir sind von dem system in dem wir leben von dem gesundheitssystem in dem wir leben und das uns ja auch geprägt hat weil wir auch schon zeit unseres lebens innerhalb dieses systems leben wir sind gewohnt eine ein gesundheitsverständnis zu haben bei dem man eigentlich nie genau weiß was die ursache ist also sämtliche bereiche innerhalb unseres gesundheitssystems also sei es schulmedizin oder sei es psychologie oder seien es irgendwelche naturheilkunden oder was auch immer was da alles gibt bewegungstherapie und ernährungsberatung oder keine ahnung es gibt ja unendlich viele wissenschaften und gesundheitsbereiche innerhalb unseres gesundheitssystems aber was die eigentlich alle gemeinsam haben ist die wissen alle nicht die ursachen von krankheiten die haben alle ihre eigenen hypothesen und die suchen alle verzweifelt nach belegen für ihre hypothesen aber letztendlich wissen sie es einfach nicht sie haben keine ahnung wie krankheiten entstehen und diese belege die sie selber finden oder ermitteln für ihre hypothesen die basieren letztendlich immer auf korrelationen also wer da mal tiefer einsteigen möchte und sich das dann mal wirklich hinter den kulissen anschauen möchte wie sämtliche gesundheitsbereiche eigentlich zu ihren aussagen kommen ja der wird einfach feststellen es basiert alles auf korrelationen und korrelationen haben einfach eine sehr begrenzte aussagekraft das wäre jetzt tatsächlich ein video für ein thema für ein anderes video aber ja es ist einfach wichtig zu wissen wobei ich glaube nicht dass ich dazu ein video mache wenn es euch interessiert beschäftigt euch mal mit dem thema korrelation und kausalität und dieser massive unterschied dazwischen weil selbst wenn etwas eine hundertprozentige korrelation hat das heißt wenn du zwei fakten hast die in 100 prozent der fällen zusammenkommen dann heißt es trotzdem noch nicht dass eine kausalität besteht aber wie gesagt das ist ein anderes thema fakt ist einfach keiner hat ahnung wie krankheiten entstehen aber auf der anderen seite jeder hat eine pauschal lösung also es ist ja egal wo man hingeht innerhalb unseres gesundheitssystems ob man jetzt in die schulmedizin geht da gibt es einen haufen pauschal lösungen also wenn du jetzt zum arzt gehst und hast bluthochdruck dann kriegst du halt ja blutdrucksenkendes medikament wenn du schilddrüsenunterfunktion hast dann kriegst du halt schilddrüsenhormone wenn du diabetes hast dann kriegst du halt insulin und wenn du asthmas kriegst du dein asthmaspray aber es ist egal was in deinem leben passiert ist was du für ein mensch bist und was du für sorgen und nöte hast das interessiert den arzt menschlich vielleicht aber in der rolle in der rolle des arztes interessiert es ihn quasi gar nicht weil er gibt dir halt genau das gleiche mittel wie er das jedem anderen auch gegeben hat und dieses prinzip haben in allen anderen gesundheitsbereichen auch also wenn du zum homöopathen gehst dann gibt er dir halt irgendeinen globuli und wenn du zum ernährungsberater gehst dann versucht er irgendwie deine ernährung hinzubekommen und wenn du zum bewegungstherapeuten gehst dann versucht er alles über bewegung zu machen also jeder dieser dieser gesundheitsbereiche hat halt so seine art zu behandeln seine art zu therapieren und über diese art zu behandeln und therapieren versucht er halt jedes problem zu lösen und manchmal funktioniert und manchmal nicht und ja das liegt halt einfach daran weil keiner wirklich weiß was die ursache ist und ja in der germanischen heilkunde ist es eben ganz genau umgekehrt so die germanische heilkunde ist die einzige medizin die die ursachen kennt und die aber keine pauschallösung hat weil es eben keine pauschallösung gibt und um das vielleicht einfach noch mal ein bisschen was bildlicher darzustellen ich suche mir jetzt mal irgendwas irgendeinen konflikt raus nehmen wir mal einen den ich schon viel thematisiert habe das thema trennungskonflikte da habe ich auch schon erfahrungsbericht habe ich ja den einen erfahrungsbericht zu meiner oma habe ich da genau da habe ich schon einen erfahrungsbericht auch zu also den kann man sich dann in dem kontext auch mal anschauen am trennungskonflikt geht es ja meistens um eben entsprechende hauterscheinungen also eigentlich geht es immer darum trennungskonflikte beziehen sich immer auf irgendeine haut aber es können auch innere heute sein aber ja bleiben wir jetzt mal in dem fall bei der äußeren haut und da habe ich als beispiel den konflikt mit meiner oma thematisiert wo ich eben wie gesagt dieses eine video auch schon mal zu gemacht habe den erfahrungsbericht wo es eben darum geht ging dass eben ja ich ein sehr inniges verhältnis zu meiner oma hatte also meine oma eine große bedeutung in meinem leben hatte und sie hat eben irgendwann aus gesundheitlichen gründen nicht mehr wirklich so zurechnungsfähig war und man eben nicht mehr wirklich so diesen diesen kontakt haben konnte also ich denke mal jeder der der schon mal großeltern erlebt hat die alzheimer demenz haben oder hatten die werden das noch ein bisschen nachvollziehen können so irgendwie ja man hat nicht mehr wirklich so diesen kontakt zu diesen menschen und darunter habe ich halt so ja unbewusst über jahre hinweg ein bisschen was vor mich hin gelitten also ich hatte diesen konflikt zumindest aktiv und als der konflikt irgendwann gelöst wurde als meine oma gestorben ist und als ich das dann eben verarbeitet habe habe ich halt entsprechend die hauterscheinung bekommen also wie gesagt da kann man sich gerne mein video zu anschauen da hatte ich eine riesige offene stelle am arm und das halt über einige wochen was dann eben entsprechend die heilungsphase war in dem fall wenn man in dem fall fragen würde so ich habe dann halt diese riesige offene stelle am arm und man wird dann fragen okay was was mache ich denn da jetzt okay ich weiß es ist ein trennungskonflikt was mache ich jetzt was ist die lösung naja indem in meinem fall ist die lösung tatsächlich oder wäre die lösung gewesen oder war tatsächlich auch die lösung einfach nichts zu tun also ich habe instinktiv nichts gemacht weil ich wusste mein körper macht schon das richtige zu der zeitpunkt zu dem zeitpunkt kann ich die germanische heilkunde ja noch gar nicht aber da das halt eine heilungsphase ist und die heilungsphase nicht in keinem hängenden zustand war kann man eigentlich nichts machen außer warten bis es vorbei ist also bis der körper das geregelt hat ich meine das wird der germanischen heilkunde ja gerne mal zur last gelegt so dass man das so gesagt wird da wird einfach nichts getan also dass man ja man müsste doch irgendwas tun also der mensch hat ja immer das bedürfnis in in natürliche biologische prozesse einzugreifen und mitzuspielen aber ja wenn dann eine heilungsphase läuft und es keine rezidive gibt dann ist das beste was man machen kann einfach nichts zu tun und abzuwarten bis der körper eben das problem von selbst geheilt hat und dementsprechend in dem fall in meinem fall wäre die lösung einfach zu sagen ja mach nichts damit so guck dass da nichts groß dran kommt aber lass ansonsten dein körper arbeiten hätte ich jetzt ständig rezidive gehabt weil was weiß ich das thema meiner oma trotz ihrem tod irgendwie nicht nicht verarbeitet bekommen hätte dann hätte man sich halt anschauen müssen okay wie wie kann ich das thema für mich verarbeiten wie kann ich den tod von meiner oma verarbeiten wie komme ich an den punkt dass ich eben dieses diese trennungsempfindung diesbezüglich nicht mehr habe aber das ist halt immer ja da muss man halt dann sehr individuell sich diese situation angucken wie es aussieht was für empfindungen man hat was man tun kann was gegebenenfalls schienen sind die schienen meinen die schienen auflösen so da wird es halt einfach sehr individuell und sehr kompliziert aber um jetzt einfach noch mal ein paar andere beispiel zu nennen die quasi das gleiche symptom auslösen können also bleiben wir quasi mal bei diesem symptom haut ausschlag oder irgendeine haut erscheinung die die oberhaut betrifft an der innenseite des rechten armes bei einem rechtshänder das ist ja ein sehr konkretes symptom das könnte also ich hätte genau das gleiche symptom auch kriegen können wobei in der intensität ist schon schwierig aber den hautausschlag in der innenseite des rechten armes hätte ich auch dadurch kriegen können dass mich beispielsweise eine frau verlässt also ich einen trennungskonflikt bezüglich einer frau habe die halt dann auf einmal nicht mehr mir nah sein möchte habe ich zum glück so noch nicht erlebt also deswegen den hautausschlag so in der intensität bekommen das wäre auch bestimmt richtig ätzend weil das ist schwierig zu lösen aber das könnte halt auch der konflikt sein also dass der konflikt ist oder die der biologische konflikt der trennungskonflikt durch die frau dann ausgelöst wird durch die trennung von der frau und naja dann ist halt der punkt okay ich muss dann halt dann ist die lösung dieses konfliktes ich muss halt über die trennung hinweg kommen und wie komme ich über die trennung hinweg ja keine ahnung so es ist halt das musst du dann irgendwie mit dir selber ausmachen du musst für dich einsehen dass es vielleicht besser so ist dass es sowieso keinen sinn gemacht hat oder du musst irgendwie lernen das zu akzeptieren oder du brauchst eine neue frau oder keine ahnung also das ist halt ich hoffe man fängt schon an zu merken dass halt abhängig davon in welcher lebenssituation so ein konflikt entstanden ist ist eben eine ganz andere lösung bedarf und es halt immer auch eine sehr kreative leistung ist eine lösung dazu finden genau das gleiche symptom hautausschlag innenseite des unterarms könnte man auch bekommen wenn er wenn man eine fernbeziehung zum beispiel führt man führt eine fernbeziehung mit jemandem und man möchte denjenigen halt häufiger sehen und das man ist halt jedes mal wenn man dann sich wieder trennt also jeder wieder bei sich zu hause ist ist man dann konflikt aktiv wenn man gerne den partner bei sich hätte und sobald man denjenigen der wieder sieht so kommt dann der hautausschlag wieder das könnte auch ein problem sein also es könnte auch der konflikt sein und da wäre dann halt ja was wie löst man das problem man man könnte sagen man man zieht zusammen das würde das problem lösen wenn das zusammenziehen nicht funktioniert müsste man überlegen ja ob man die beziehung vielleicht beendet weil man nicht mit fernbeziehungen klarkommt und man lieber einen partner haben möchte der halt wirklich nah da ist vor ort ist mit dem man zusammenleben kann oder ja man schafft es irgendwie sich gedanklich mental mit diesem situation abzufinden oder ja das ist immer das schwierigste also biologische konflikte gedanklich zu lösen ist immer der schwierigste ansatz es ist immer am einfachsten irgendwas tatsächlich praktisch im leben zu verändern aber auch da sieht man wieder ja es ist schwierig man kann auch nehmen wir doch mal ein ganz anderes beispiel der aber auch was auch zu einem hautausschlag in der innenseite des unterarms führen könnte wenn irgendjemand dich an dieser stelle immer wieder anfassen würde du das aber nicht haben willst keine ahnung du bist auf der arbeit und irgendwer packt dir immer genau an diese stelle immer an der stelle dann greift dich irgendwie immer am arm und du du spürst halt immer an dieser unter an der innenseite des unterarms die berührung von demjenigen aber du willst das nicht so aber du hast hattest irgendwie bisher nie den mut das mal zu sagen weil keine ahnung egal du hast auf jeden fall nicht den mut das zu sagen und dann ja was wäre dann die lösung davon weil dann wird es ja jedes mal wenn du wieder auf der arbeit bist und derjenige wieder ankommt und dich an der stelle berührt dann wärst du wieder konflikt aktiv und dann wenn du dann wieder zu hause bist dann bist du wieder konflikt gelöst und dann kriegst du halt den hautausschlag dann hittest du auch einen dauerhaften hautausschlag an der stelle weil du so gesehen in einer hängenden heilung wirst und was wäre dann die lösung naja dann wäre die lösung den menschen meiden oder den menschen mal sagen ich will das nicht oder wenn das nicht hinkriegst ja einen neuen arbeitsplatz suchen keine ahnung aber das ist halt was man dabei verstehen muss ist das was alles verbindet also man kann ganz klar sagen bei jeder krankheit bei jedem symptom kann man ganz klar sagen welcher biologische konflikt dahinter steht das heißt man kann ganz klar sagen welche empfindung dahinter steht jeder mensch mit einer bestimmten krankheit hat eine bestimmte empfindung das haben alle gleich aber in welcher lebenssituation ein mensch diese entsprechende empfindung empfindet das kann man einfach nicht sagen so man muss das system lernen das ist das ist in dem fall wirklich vergleichbar wie mit der mathematik oder wie mit der musik oder auch wie in der physik so es gibt ein system es gibt gewisse regeln es gibt naturgesetze und die muss man verstehen und wenn man die verstanden hat wenn man das grundlagenwissen hat dann kann man sich davon alles ableiten jemand der ein gewisses der ein gewisses musikinstrument spielen kann jemand der beispielsweise rein motorisch klavier spielen kann der dazu auch noch noten lesen kann der kann durch diese zwei fähigkeiten jedes musikstück spielen so der muss kein musikstück auswendig lernen weil wenn er noten lesen kann und das klavier bedienen kann dann kann der automatisch jedes musikstück spielen genauso wie in der mathematik wenn du wenn du das zahlensystem gelernt hast und die grundrechenarten gelernt hast dann kannst du im prinzip ja jede gleichung lösen also ihr wisst jetzt was ich meine wenn es komplizierter wird musst du natürlich mehr grundlagenwissen haben aber was ich damit meine ist du musst jetzt nicht auswendig lernen was 2 plus 4 ist oder was 10 plus 80 ist oder so das musst du nicht auswendig lernen weil du kannst es ja errechnen und genau so ist es mit der germanischen heikunde auch es gibt ein ganz klares system wie unsere biologie funktioniert und wenn du das verstanden hast wenn du das zahlensystem verstanden hast und gelernt hast damit zu rechnen dann kannst du dir so gesehen jede lösung errechnen errechnen und das ist auch der grund dann dafür warum die frage so was kann ich da tun so wenn jemand hat jetzt irgendeine krankheit hat jetzt asthma als beispiel und dann erzähle ich dem okay es ist halt dann beispielsweise in dem fall ein wie heißt es noch mal revier angst das hat aber jetzt gedauert ein revier angst oder schreck angst konflikt dahinter erklärt demjenigen die empfindung dahinter und dann fragt er okay und was mache ich jetzt ja keine ahnung weil das der punkt ist ich weiß ja nicht welche zahlen du hast also welche zahlen da bei dir auf dem papier stehen so wenn ich die krankheit selber mal hatte so dann kann ich dir sagen was ich gemacht habe aber das wird dir wahrscheinlich relativ wenig helfen weil meine lebenssituation wahrscheinlich eine ganz andere ist als deine lebenssituation das ist so wie gesagt wie in der mathematik wenn ich jetzt hier eine gleichung auf meinem papier stehen habe wo drauf steht 5 plus 2 dann kann ich dir sagen dass meine lösung 7 ist aber die 7 ist wahrscheinlich nicht eine lösung weil auf deinem blatt papier wahrscheinlich eine andere gleichung steht und deswegen ist diese frage von okay was mache ich jetzt bei der krankheit ja keine ahnung also du musst mir schon deine zahlen sagen dann könnte ich sie errechnen aber bevor wir nicht deine zahlen können kann man es nicht errechnen so das ist halt ja man muss sich man muss das system dahinter verstanden haben oder man muss sich damit beschäftigen oder wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigen will oder es einfach nicht verstehen kann oder gerade nicht die zeit hat weil irgendein symptom vielleicht dringend ja behandlungsbedürftig wäre da muss man sich eben hilfe suchen bei jemandem der das system verstanden hat der quasi die rechenaufgaben für einen lösen kann wobei auch da der punkt ist es kann niemand für dich komplett übernehmen also der dr harmer hat auch immer gesagt dass der patient der chef der behandlung ist weil es geht nicht ohne den patienten weil es geht ja immer der der dreh und angelpunkt ist ja der biologische konflikt und das entscheidende dabei ist ja die empfindung des menschen und wo das habe ich ja eben schon mal gesagt wo im leben wann im leben der mensch diese empfindung hatte das kann ja außer dem menschen selber keiner sagen so ich wie gesagt wenn du mir nicht sagst welche krankheit du hast kann ich dir sagen was von empfindung da gewesen sein muss aber wann du diese empfindung in deinem leben hattest was da passiert ist woher soll ich das wissen das kann keiner wissen und die lösung die sich dann daraus erschließt wenn man herausgefunden hat okay es war die und die situation das und das ist mein problem die lösung die man dann praktisch im leben darauf anwendet die die muss da da muss der patient ja auch mit arbeiten weil es geht ja um sein leben es geht ja darum dass er was in seinem leben verändert ich kann ja nicht als würde man mich jetzt in der also ich aus meiner berater perspektive könnte jetzt nicht sagen ja mach das und das also könnte ich natürlich machen aber vielleicht ist das für diesen menschen ja auch nicht die passende lösung so das ist das heißt es ist ein gewisses miteinander und auch das ist ja ein zustand an den wir auch nicht gewöhnt sind so weil in unserem system in unserem gesundheitssystem wenn man irgendein problem hat geht man zu jemandem und und der macht dann halt irgendwas so also unterscheidet sich natürlich noch ein bisschen was mehr je nachdem wo man genau hingeht wenn man jetzt zu einem bewegungstherapeuten oder sowas geht da muss man sich natürlich in gewisser weise auch selber bewegen und bei einem wenn man eine ernährungsberatung sich besorgt dann muss man sich auch selber ernähren aber wenn man irgendwelche medikamente verschrieben bekommt die muss man einfach nur schlucken so das ist halt es geht halt auch wirklich bei diesem ganzen thema um eigenverantwortung und leider ich wiederhole mich hier mittlerweile aber es ist halt wir haben es halt so gelernt es wurde uns halt antrainiert dass wir eben nicht die verantwortung für unsere eigene gesundheit übernehmen wir haben irgendein symptom wir gehen zum arzt der sagt das und das passiert jetzt so so sie nehmen das medikament wir schneiden das raus wir keine ahnung machen wir aber der patient ist immer nur so passiv dabei und das ist eben der riesige unterschied so in der germanischen heilkunde ist der patient nicht passiv dabei sondern er muss aktiv mitwirken weil es ja sein leben ist so das problem die ursache des problemes liegt ja in seinem leben in dem was in seinem leben passiert ist und man muss in seinem leben etwas ändern und das kann er ja nur selber machen so dass da kann jemand mit erfahrungen jemand der die germanische heilkunde kennt der das wissen hat kann tipps geben der kann auf dem weg helfen der kann mit dem mit der lösung also mit dem mit dem mit dem mit der lösung der rechenaufgabe helfen aber er kann den menschen nicht gesund machen und ich meine das kann sowieso niemand also das ist ja auch der grund warum diese ganzen gesundheitsbereiche nicht funktionieren so also nicht wirklich effizient funktionieren oder effektiv funktionieren weil kein anderer dich gesund machen kann das funktioniert einfach nicht naja ich merke ich schweife hier schon wieder ein wenig aus ich hoffe dass die frage wie man biologische konflikte löst ein wenig beantwortet wurde beziehungsweise dass ein wenig mehr verständnis für die sache da ist und ja in dem sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs zusehen ich verlinke euch jetzt mal noch den erfahrungsbericht hier über das problem was ich damals mit meiner oma hatte also den trennungskonflikt bezüglich meiner oma und ja bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.